Ich muss hier irgendwo rein. F-Tor. Öffnen. Oh, hier sind Leute. Ach, die sind noch am Leben. Oh, aber die sehen nicht sehr lebendig aus. Die sehen nach Zombies aus. Oh mein Gott. Ich rette euch. Okay, man kann sie nicht umbringen. Oh nein, jetzt habe ich nur ein bisschen die Zürcher beraten. Ja. Ja. Okay. Hitzevisor kann man aktivieren. Okay, ist natürlich interessant. Ah. Da sieht man diese ganzen Zombies und so. Was ist das? Was hat ihn aufgefressen? Was war das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist mit den Menschen passiert? Ich habe mich nicht um alle gekümmert. Und jetzt? So ein Rücken. Auf sowas muss man vorbereitet sein. Was ist passiert? Okay, das Kackding zerstört. Aber ich habe nicht mehr viel Munition. Ich brauche Munition zum Nachschub. Geht es dir gut? Geht es dir gut, Kumpel? Okay. Okay, sieht richtig schrott aus hier alles. Warte geht's. Warte geht's. Ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwie ist alles kaputt. F-Tor öffnen. Warte geht's. Hört, ist noch auf einmal aufgetaucht, die Monster. Ich habe keine Munition. Sorry, Kumpel. Ah, ich habe keine Munition. Ja, gib mir eine Rute mit Munition, bitte. Okay, eine Alternativrute. Ich muss jetzt hier hin. Nee, kommt man nicht durch. Ich muss da irgendwie hin. Ah, ich muss eine finden. Danke. Ihr seid echt, äh, die Besten. Also hier lang geht es echt nicht. Da ist das Nest. Nee, ich muss hier durch. Oder? Ich habe auch keine Muni. Das ist das Scheißige. Ich habe nur zwei Granaten. Toll. Hm, ich gehe mal wieder zurück. Vielleicht gibt es hier etwas Munition hier hinten. Ah, die Tür hat sich geschlossen. Ah, okay. Also zurückkommt man auf jeden Fall nicht. Scheiße, ohne Munition wird es natürlich scheiße sein. Ich denke, ich muss da durch. Ich muss da durchrushen. Aber ich werde sterben, weil ich habe keine Munition, um die abzuknallen, die Monster. Und hier sind Menschen. Ich will sie erlösen. Also, abknallen würde ich. Uh, irgendwie so ein Regen-Wasser-Tropfen hier. Okay, das ist der einzigste Weg. Ich muss hier durch. Okay, die sind leicht abzuknallen. Äh, wie war das nochmal? Äh, scheiße. Wie war nochmal der Visor? Kacke, wie war das nochmal? Der Energie-Visor. Nicht B. Ach man, ich habe es vergessen. Dieser, äh, Energie-Waah. Scheiße, ich weiß nicht, wie man ein Ding ins Anmacht. Damit ich, äh, nachtsig sozusagen. Hä, was ist mit den Leuten passiert? Ja, scheiße wie Ebola. Das kommt mir schon so vor. Warte, geht's. Oh, neue Musik vorgeschaltet. Cool. Okay, wieder eine Zwischen-Sequenz. Fange feindliche Übertragung an. Hier ist Commander Lockhart an alle Zell-Mitarbeiter. Unsere Versuche, den Zellzusammenbruch bei den Infizierten umzukehren, sind erfolglos geblieben. Evakuierung ist keine Option mehr. In der ganzen Stadt gilt ab jetzt beim geringsten Verdacht auf Infektion Schießbefehl. Außerdem ist das Nanosuit-Subjekt Profit ebenfalls als aktives biologisches Risiko zu betrachten. Profit muss bei Sichtung erschossen werden. Okay. Statte den Nanosuit mit deinen bevorzugten Upgrades aus und passe ihn dadurch deinem eigenen Spielstil an. Okay. Also man ist irgendwie so ein böser Typ und irgendein Virus ausgebrochen, den sie haben versucht, ihn zu unterbrechen und so. Und talala. Aber es hat natürlich nicht funktioniert. Das ist ja klar. Wie bei allen solchen Experimenten und so. In diesen ganzen apokalyptischen Geschichten und so weiter und so fort. Also dann geht es mal los. So, William Street. Megatritt erfalten. Bam. Ja. Okay. So, los geht's weiter. Man hat diesen, weil so tote Menschen da halt tot hin. Ich würde sie gerne abknallen, aber ja. Damit sie nicht mehr leiden. Nicht, weil ich so böse bin. Ich will ihnen das leiden erleichtern. Was ist los? Oh, Banane! Okay. Alarmstuf rot, Alarmstuf rot. Hä? Wer ist das überhaupt? Wer fliegt da die ganze Zeit herum? Wie so irgendwelche Helis? Ich verstehe das gar nicht. Los, weiter geht's. Wieso bin ich so langsam? Los, 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 rennen! Nein, wir sind doch gar nicht so langsam. Sehr komisch. Die Energie geht auch beim Rennen so schnell leer. Ist auch sehr komisch. So, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Oh, links, denke ich, oder? Okay, Kontrollpunkt da raus. Du, weiter geht's. Höh? Hä, wieso konnte ich keinen Artikeln machen? Das war richtig doof. Gib mir die Waffe. So, danke, Kumpel. Hä, wieso konnte ich keinen Take-Down machen? Ihr seht mich nicht. Ich bin unsichtbar. Energie gering, habe ich gehört. So, ich brauche irgendwoher Munition. Tarnfeld? Hallo, Leute. Ich bin nicht hier. Ah, wo guckst du hin? Ja, ja, ja. Ziel ist echt weg. Oh, ich habe mich abgeknallt. So, oh. Er hat eine Shotgun. Cool. Dann nehme ich die mal. Oh, Alter, habe ich viel Munition für die Pistole. Okay, das ist gut. Dann war ich doch lieber die Pistole. Statt ohne Munition hier rum zu brennen. Aber hier ist so eine kleine, kurze Entfernung alles. Hier ist ein Auto gerade runtergekommen. Ihr könnt mich nicht totkriegen, Leute. Hä, wieso verbünden sie sich eigentlich nicht mit mir, um den Feind zu besiegen? Waaah, ich habe ganz vergessen. Waaah, mein Schutzzeug, Tiviano, sind die Kuh. Oh, fuck, die werfen Granaten, die Typen. Denkt ihr, ihr seid so schlau? Ah, scheiße, ich habe verkackt die Granate. Kuh, los geht's. Rein da. So, erledigt. Geh wieder weg. Und weiter geht's. Nur ein bisschen Energie sparen. Das mit der Energie ist natürlich richtig blöd. Also, dass sie leer geht. Was? Ja. Ja, die sind nicht hier, um zu helfen, sondern hier, um zu tüten. Oh. Aha. Okay, Laservisier und Schalldämpfer. Okay, das ist gut. Aber das wäre dann gar nicht so okay. X, weg. Das ist natürlich sehr fein. Aber Laservisier sollte man sehen, falls ich auf jemanden ziele. Oh, Munition. Danke. Habe ich jetzt. Ja, volle Muni. So läuft das Game. Okay, Taxi-Optionen sind immer ganz fein. B meinte ich. So, was gibt's denn hier? Aha. Ich weiß gar nicht, was diese 3, 2 und so bedeuten. Und keine Ahnung. F, hervor. Wo oben Objekte markieren. F. Ah. Ach cool, ich kann Objekte markieren. Ist ja natürlich cool, wenn ich die Feine markieren kann. Scheiße, hab ich gesehen. Das ist natürlich blöd, dass ich so offen stand. Okay, alle markiert. B weg. So. Jetzt mach ich. Zielen. Hä? Ich kann nicht mehr normal zielen. Mit der Pistole. Nur mit diesem billig Laservisier. Oh Mann. Voll kaputt alles. Jetzt hab ich das... Jetzt hab ich die Pistole kaputt gemacht. Das... Wieser-System. Okay, dann geht's runter. Weiter geht's. Ja. Dann nehm ich mal hier ein Mischengewehr. Dann wird hier rasiert. Gibt's da nicht irgendwie inklusive Fässer oder so? Vielleicht das da? Nee. Weil so ein bisschen Action hier reinzubringen. So ein paar Explosions. Wurf. Hallo, ich hab gesagt, wurf. Wurf. Oh scheiß, ich bin gleich durch. Wer knallt mich ab? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Vielleicht jemand mit einer guten Gun. Ich bin fast tot. Chillisch. Ich muss aufpassen. Ach, da knallt mich der Typ ab. Ja, bessere Präzision. Eindeutig. Ja, Laservisier. Also Laservisier, verpiss dich. Du bist scheiße. Ja, Kimmer und Korn. So, das ist Rasur. So läuft das Game. Das schaltet einfach schon gut, aber das Laservisier ist scheiße. Aha, durch Wende gehen, Kumpel. Wir sind hier nicht in Durchwende gehen, Hausen. Nee, 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 nee. Ich krieg den nicht down. Wo ist denn der Typ? Äh. Weckleid mich ab, bitte. Komm, ich geh jetzt runter. Das kommt mir auf die Typen. Erledigt. So. Oh, da kommt noch ein Typ. Alter, wie viele. Hallo. So. Da ist noch ein Typ. Boah, wie viele Typen hier aus sind. Also, wenn ich auf... Ah, explodiert doch fast. Ja. Wenn ich auf ihrer Stelle wäre, dann würde ich abbauen und sagen, ich gebe mich. Ich würde ein Kumpel sein. Weil gegen so einen Nanosuit hat man keine Chancen. Und wieso haben die denn eigentlich nicht so einen Nanosuit? Das ist sehr komisch. Die sehen doch auch so ähnlich aus. Und so mit ihren Suits. Granate. Oh, auch nicht Granate. Oh, okay. Die Panzerung habe ich aber rechtzeitig aktiviert. Das war gut. So, weiter geht's. Jump. Jump. Runter da. Man kann mich von oben ab. Abgeknallt. Nein, noch nicht. Irgendwie kommt mir so vor, dass die Pistole mehr Damage hat. Geh, maximale Panzerung kurz. Ich weiß nicht, ob die maximale Panzerung etwas gegen Munition bringt. Das wäre natürlich cool. Aber ich denke, das... Was fliegt hier rum? Hä? Ja, das sieht scheiße aus. Also ich denke, das soll Blätter so darstellen. Aber es sieht nicht nach Blättern aus, so. Erledigt. Okay, weiter geht's. Oh, scheiße. Ich habe Damage genommen, weil ich runtergesprungen bin. Okay, weiter geht's. Weiter, 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 weiter. Geht's. Oh, mein Gott. Jemand hat ein dickes Machine-Gewehr. Er ist ein 50er. Okay, den hat 50er erledigt. Das ist chillig. Oh, scheiß, nur ein 50er. Weg hier. Gesundheitkritisch, ich weiß. Jetzt muss ich mal ein bisschen healen. So, chillen. Chillen, guys. Erledigt. Wo ist der ein 50er, der Typ? Hallo. Erledigt, super. Nachladen. Okay. Wow. So. Mann am Boden. Ja, du auch am Boden. Hallo. So. Nicht wegrennen. Schön stehen bleiben. Er kommt eh nicht. Müsst du wissen. Kommt, oh, nee. Hier komme ich nicht rein. Ich muss wohl hier außen rum. Okay, energiekritisch. Wuuu. Wir sind vor dem Auffall ausgestiegen. Überprüfen Sie die Fluchtkapseln. Wir suchen Gewebe-Proben. Eine tote Besatzung. Irgendwas in der Arm. Aha, also doch Aliens. Kumpel, dreh dich um. Nein, bewegt sich nicht. Kann ich jetzt springen? Nein, kann ich nicht. Er ist einfach nur so runtergefallen. Er ist runtergefallen und ist gestorben. Es tut mir leid, echt. Ach, scheiße. Energie gering. Okay. Okay, der Typ war böse. So, ich muss irgendwie. So. Waaah. Waaah, ich hab von hinten abgeknallt. Scheiße, Leben kritisch. Waaah, ich bin gestorben. Alter, von überall. Okay, enter. Letzten Spielstandladen. Alter, war das hart. So, okay. Ich muss hier rum. Kann nicht irgendwie die Energie sich verbessern oder so, weil die hält irgendwie gar nicht lange. Das geht mir ein bisschen auf den Sack, dass hier so kurz andauert, die Energie. Jetzt echt. Oh, da ist ein Typ. Ich komm den mal von hinten. Lalalala, lalalala. Komm, bitte, ich kann den ausschalten. Hä, ich kann den nicht ausschalten? Wie blöd ist das denn? Oh, ich muss den Schalter einfach verwenden. Ups. Das war natürlich blöd. Vielleicht haben sie mich gehört. Man kann die auch nicht leicht verstecken. Oh, okay. Energie gering. Verstecken. Okay, lade ich auf Energie. Energie. Hä, irgendwie backt das herum die ganze Zeit das Spiel. Kommt mir so vor. Wo ist der Typ? V, V, V vorbereiten. Auskill. Maner Boden. Maner Boden, ja. Okay, also die NPCs sind hier richtig blöd. Also die Computergegner, gegen die man hier ankämpfen muss. Sieht sich aus. Der ist gerade gestorben, Kumpel. Sieht sich aus, Alza. Gleich sieht das nicht sehr sicher für dich aus. Nein, Kumpel. Alles okay. Was, wir haben zwei Toten? Nö, nö. Alles chillig. Alles chillig, Kumpel. Alles chillig. Niemand ist gestorben. So, hier ist eine Kapsel. Oh, ich muss dann hier irgendwas nehmen. F, Alien-Shoote. Was? Da war was? Alien-Shoote untersuchen. Und? Leer. Überprüfen Sie die anderen. Wir haben irgendeine Probe. Leer. Also doch Alien. Oh, fuck. Alien. Okay, jetzt bin ich nicht mehr sichtbar. Warte geht's. Warte geht's. Also die Feinde sehen einen schon von einer Richtung und Entfernung. Okay, jetzt hier rüber. Runter hier. Können wir hier aufladen. Aha, die sehen ich also durch Blumen und so. Ledigt, so. Kurz Tarnfeld. Die sollten mich jetzt nicht mehr sehen. Ah ja, Tid ist ein Tarnmodus. Wieso geht hier denn nicht in Tarnmodus? Also sie kennen doch den Nanosuit. Dann müssen sie doch alle auch selber Nanosuit haben. Hallo? Was? Hallo? Wie blöd bist du? Nix, hallo. Umbringen, habe ich gesagt. Mann. Das spielt jetzt ein bisschen komisch. Wir sind ja nicht in Metal Gear Solid, oder wie das Ding heißt. So. Äh, Affilin schon untersuchen. Und? Bis? Oh Mann. Aua. Das hat aber wie getan. So, wuh, wuh. Ach, darunter munter. Okay, ab ins Wrack. Hö? Aber hier ist doch die U-Wahn, nicht das Wrack. Wo ist das Wrack? Oh, Muni. Danke für die Muni. Wo ist denn das Wrack? Ach, ich muss da oben. Wäre ich hier durch? Nee. Okay, das ist natürlich blöd. Muss ich auf mich knallen. Stirb, Kumpel. Tschüss. Okay, er dreht sich um. Weil da gibt es nur eine andere Seite mit dem Gewehr. Alter, ich kann nicht erledigen. Was ist denn bitte? Stirb. Hallo, stirb. Ah, komm. Ach, komm schon. Es geht doch. Muss doch klar sein. Alter. Äh. Hä? Okay, so, erledigt. Ja, Schütze. Ach, Schütze ausgefallen. Ganz easy. So, okay. Wo muss ich hin? Oh. Boah, ich hab von überall abgeknallt. Okay, magst du mal die Panzerung? Jetzt nimm ich hier weg. So, jetzt in Deckung gehen. Kurz Energie aufladen. Puh, chillig. Chillig. So, wie komm ich denn ins Wrack? Weg mit den Typen. Kumpel, chillen. Lass mich in Ruhe. So. Ah, ich muss nach oben. Okay, dann geht's nach oben. Ab ins Wrack. Oh, mit einem Aufzug. Hallo. Huuu. Oh, da war der Bizeps am Werk. Geh runter. Huuu. Aua. Okay. Ah. Okay, Sie sind drin. Scannen Sie den Rumpf. Okay. Und was ist, wenn... Und was ist, wenn das Virus mich jetzt tötet oder so? Ach, egal. Ich bin ja nix wert. Ich bin ja nur hier irgendein Typ. Ja. Da muss ich hin. 19,3 Meter. Ab und dorthin. Okay. Analysieren. Oh mein Gott. Das sieht nach irgendeiner matschigen Pampe aus. So, äh... Wie kann ich das analysieren jetzt? Ah, mit B-Wiese öffnen. Okay. Oh Mann. Das ist menschliches Gewebe. Das sind Menschen. Sie wurden... Eingeschmolzen. Ohne echtes Alien-Gewebe verschwenden wir nur unsere Zeit. Raus da, Mann. Okay. Wohin jetzt? Hier hoch, denke ich. Muss ich hin? Äh... Äh... Ein Pick-Time-Event. Oder so. Oh shit. Was ist das? Ah! Ich hab doch den Nanos-Jut. Ich muss stärker sein als der. Okay, und was ist das jetzt? Hä? Was wollte der von mir? Okay. Okay. So. Auf jeden Fall. Wow. Jetzt mal ganz schön. So. Auf jeden Fall. Ich hab grad auf die Zeit geguckt. Die Aufnahme hat schon ihr Ende erreicht. Ich würde jetzt gerne noch gerne sehr... Also ich würde noch sehr gerne weiterspielen. Aber... Also ist die Aufnahme schon zu Ende. So. Auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme gehen wir dann weiter. Also wir haben hier den Kontrollpunkt erreicht. So. Auf jeden Fall. Wir fortsetzen. Schwierigkeitsgrad. Oh. Wir machen den Ende an. Okay. Und... Ja. Das war's aber eigentlich. Ich denke... Also ich hoffe doch am Kontrollpunkt kann ich dann das nächste Mal weiterspielen. So. Auf jeden Fall. Mit diesen Worten bende ich noch die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.